hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten video ich habe post von einem lieben zuschauer aus südafrika bekommen und zwar von theophan weick theophan weick ist musikprofessor in pretoria und auch organist in der neuapistolischen kirche in pretoria central und er hat mir freundlicherweise einige seiner kompositionen geschickt einige choral vorspiele und davon möchte ich heute mal eins vortragen es geht über die melodie sie ich breite voll verlangen und das ist ja so als trio ausgeführt die füße übernehmen den cantus firmus also die melodie und die hände spielen dazu eine begleitstimme ja theo vielen dank für die musik ich hoffe du erkennst sie wieder euch allen viel freude damit macht's gut tschüss und bis zum nächsten mal so 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 so